Musik Jo, schönen guten Tag der Erasmus da Ha, und ja, die Neuhausüberraschung Das ist das Paket, was wir bekommen haben Ja, World of Tanks, äh, es ist Weihnachten Weihnachten auf den World of Tanks-Server Und ansonsten ist ja dieses Jahr alles ein bisschen anders Ansonsten haben wir tatsächlich überhaupt keine Weihnachten Dieses Jahr, ist egal Achtung, der Ära ist da Jetzt kommt wieder ein Video Was viele Leute doof finden Ich kann euch sagen, wenn ihr das doof findet Mit den Kisten, ich finde das selber Auch ein bisschen schwierig Warum, erkläre ich gleich, auf jeden Fall Wenn ihr das mit den Festtagskisten Und dem Feiertags-Obs und so weiter blöd findet Dann macht jetzt aus, es tut mir leid Weil ich habe mir Kisten gekauft Ich bin übrigens kein Community-Kontributor Ich bin viel zu klein für alles Ich kaufe das Zeug Warum ich die gekauft habe, erkläre ich Für die, die jetzt noch da sind Ähm, ja, ich habe mir Kisten gekauft Und ich möchte mit euch zusammen aufmachen Warum? Erstens, es macht Spaß So, das ist blöd Warum spielen Leute Lotto? Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist auch gering Die machen das, um den Nervenkitzel zu haben Ein bisschen Spaß zu haben Und warum mache ich ein Video drüber? Einfach, weil mir das dann noch mehr Spaß macht Also wichtig ist Ich möchte bitte, 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 bitte Nicht lesen Na, du machst das hier alles nur so oft Um Geld zu verdienen Ich verdiene hier damit überhaupt nichts Ähm, ich habe die auch nicht geschenkt gekriegt Ich habe die Kisten selber gekauft Punkt 2 ist Ich habe sie gekauft von meinem Geld Dafür will ich arbeiten Das ganze Jahr Das war kein gutes Jahr Das ist die Dummheit im Jahr, die ich mir erlaube Um mein Geld einfach mal so rauszuhauen Ansonsten lege ich mein Geld fast nur in Familie, Kinder und normales Leben an Aber ab und zu muss man sich was Dummes kaufen Und warum noch Für mich machen die Kisten Sinn Weil ich das Gold brauche Das Gold, die Premiumzeit und so weiter Mit dem, was da rauskommt Rein von der Umrechnung, was ich für das Gold bezahle Habe ich eigentlich Also letztes Jahr hat mein Goldverrat aus den Kisten sehr gut gehalten Fürs ganze Jahr Ich habe immer noch Ich habe immer noch Gold nachgekauft Also im Angebot habe ich nochmal was nachgekauft Aber grundsätzlich komme ich damit fast über das ganze Jahr Und ich spiele so viel World of Tanks Dass ich gerne auch ein bisschen was reinstecke Ich gebe es gerne zu Und natürlich die Chance was zu gewinnen Keine Frage Vielleicht kriege ich einen Borask Hätte ich gerne Ich hätte gerne einen Borask Die anderen sind mir tatsächlich relativ egal Wobei der TD auch ganz geil aussieht Der britische Aber der Borask ist das auch nicht interessiert Und vielleicht auch dieser Sherman Der französische Gut Also wir haben auf jeden Fall erstmal die neue Überraschung Also für alle die jetzt sagen Ich bleibe dabei Wir machen jetzt 75 Kisten auf Hi Ich habe sie schon gekauft Also 75 Kisten machen wir jetzt auf Danach bin ich auch pleite Dann kann ich auch nichts mehr kaufen Aber die 75 machen wir Die gönnen wir uns Ähm Antiduplikator Ladung Das ist gut Ein paar kleine Schachteln Dann eine Panzer selbst voller Fette 1C Das ist ein 4er TD Bei den Deutschen Dazu einen Garagenstellplatz Scherben Das ist auch gut Nochmal so ein Antiduplikator Nochmal 7 Kleine Schachteln Ein Pfefferkuchenmann Dekor Ein froher Weihnachten Schriftzug Ach das ist doch cool Und Sternenbären Große Dekorationen Ach siehste Und warum mache ich das noch übrigens Ich brauche auch die Dekorationen Ich habe keinen Bock ewig lange zu farmen Um die festliche Atmosphäre hochzukriegen Das möchte ich bitte gerne gleich so machen Ja Ach und ich muss ehrlich sagen Das versetzt mich tatsächlich in Weihnachtsstimmung Hier dieser Kram Das klingt total blöd Aber es ist so So wir nehmen den Tagesauftrag an Oh einer von meinen Freunden Der Bananenbieger ist da Hey Bananenbieger Wenn du das hier siehst Grüße Ich freue mich So also hier Ich habe mir 75 Neujahrsschachtel gekauft Ja von meinem hart verdienten Geld Mehr wird es auch nicht Ach das freut mich auch hier So ein Tankdestroyer Das ist cool Dann werde ich mir dann mal in Ruhe angucken Den zeige ich euch mal bei Gelegenheit Das machen wir mal ein andermal Aber das muss jetzt nicht sein So was ist das hier Feiertagsauffahrzeuge Freie Plätze Ah ja man kann wieder diese Fahrzeuge priorisieren Diese Crew brauche ich nicht Das hier irgendwie Liebe Wargaming Leute Könnt ihr da echt mal in den Griff kriegen Das geht die ganze Zeit Blinkert das nach jedem Gefecht So okay Also wir machen erstmal die kleinen Schachteln auf So Hihi Machen wir mal auf Und gucken wir mal was da so drin ist Fangen wir mal mit den einfachen Sachen an Eine Dekoration Ach hier sind nur Dekorationen drin Das ist aber schön Auch das ist cool Ja Stufe 3 Dann guck mal hier Dann guck mal einer Schau Das ist doch schön Ich finde übrigens die Stufen Die es hier gibt Ein bisschen grenzwertig Also es wäre schöner Wenn man so 50er Kisten kaufen könnte Weil 75 ist ganz schön viel Also das muss ich echt sagen Das finde ich ein bisschen viel Oh ja Aber guck mal hier Dann kommen noch schon die ersten Deko Elemente rein Sehr gut Können wir zerlegen für Scherben Aber das ist doch cool Das freut mich Ja dekorieren tue ich dann Kleine Kisten Ja hier gibt es nur Deko Okay Dann machen die schnell alle auf Und dann ist gut Ja tut mir leid Ich habe gedacht Da ist noch was Spannendes drin Aber ist es nicht Oh eine Stufe 4 Deko Das ist das Größte der Gefühle wahrscheinlich Weil ich hätte halt gerne Lieber kleinere Kisten Paketgrößen gehabt Und dafür könnte ich Spontan einfach Verschiedene nehmen Weil so habe ich jetzt alles Neuer Und habe von den anderen Sammlungen Halt noch gar nichts Nochmal eine Lampe Stufe 4 Okay Chucks Aufträge Zeig mal her Hi Chuck So jeden Tag ein neuer Auftrag Start Aufträge mit Scherben vereinfachen Wieso denn das Verdienen sie mit einem beliebigen Fahrzeug Der Stufe 4 Bis 10 in beliebigen Gefechten 2000 Punkte Basiserfahrung Was will man sich da vereinfachen Ja na klar Ach das ist ja beschwert Ist okay Wird gemacht Läuft der Auftrag Gut Und jetzt das warum wir hier sind Wir machen uns jetzt mal Oh da kommt er dazu Wir machen uns jetzt eine große Schachtel auf Da kommen die Pakete Ja Das ist tatsächlich jetzt gerade auch so ein bisschen Für meinen Weihnachtsfeeling Es tut mir leid Ich weiß viele kotzen das an Dass man hier gambeln muss Um neue Panzer zu kriegen Aber mir geht es tatsächlich nicht um die neuen Panzer Und deswegen ist es auch nicht schlimm Ich mache die Einzelnen auf Ist egal Ich habe Zeit Ich habe Zeit Ich habe hier Spaß So eine 5 Oh Ein Tag Premium Hm Okay Das ist natürlich ärgerlich Wenn sowas dann die ganze Zeit rumkommt Hat man echt ein Problem Das muss ich echt sagen Das ist ärgerlich Es ist tatsächlich möglich Jetzt 75 aufzumachen Ohne dass wir irgendwas kriegen Das ist halt einfach Oh 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 Das 60TP Outfit Sehr gut Ich hätte übrigens gerne die Maus Das muss ich sagen Dieses Maus Design Der Maus Style Der gefällt mir auch sehr Den hätte ich auch gerne Wobei das ist auch ganz cool Aber ich habe halt überhaupt noch keinen Noch keinen polnischen Panzer 40 zu 1 Ja Okay Cool Das war das erste Wirklich Wirklich schöne Was ein bisschen spektakulärer ist Nichts Okay Schauen wir mal Komm Los Gib mir mal einen Panzer Ich habe übrigens keinen Der 8er Premium Ja Ja Siehste Schon hat es sich gelohnt Den M4 A1 FL10 Den wollte ich Den wollte ich tatsächlich haben Sehr schön Das war der neue Lot hier Das ist der Schirmen Franzose mit Autoloader Und EBR Turm Das finde ich ziemlich cool Ja So und jetzt wollen wir noch Ein 8er Premium Ich hätte gern Enborask bitte Freunde 100.000 Credits Ist das dümmste Was man aufmachen kann Tatsächlich Und wie gesagt Ich habe die Dekos Ich habe dann halt auch Die festliche Stimmung Gleich zusammen Das finde ich halt auch Ziemlich cool Aber oh Jetzt wird es albern Schon wieder 100.000 Credits Leute los jetzt mal Rückt mal was vernünftiges raus 500.000 Credits Ja Credits Ja Credits ist tatsächlich So ein bisschen der Zonk Den man ziehen kann Hier in der Veranstaltung Finde ich Dann nehme ich lieber Premium Ah jetzt Jetzt haben wir gerade Einen ganz schönen Hänger Oh das ist eine goldene Das ist was anderes Hier ist was tolles drin Oh ein 8er Ein 8er Freunde Wir haben ein 8er Premium Wir haben ein 8er Premium Das ist die Ist das der Brask Ist es Oder Ist es der Der Bison Das ist der Bison Freunde Ich habe den Bison Jawohl Den italienischen Bisonte C45 Sehr cool Seht ihr schon Hat es sich gelohnt Oh Aber einen Brask nehme ich noch Freunde Ah da freue ich mich Ja sehr schön Seht ihr Und schon hat sich das Doch so halbwegs gelohnt Ich will euch jetzt Nicht zum Spielen Bringen hier Also Leute Ihr müsst das selber wissen Und vor allem Gebt nicht das Geld Eurer Eltern aus Oh Blau 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 Das ist geil Man sieht beim Aufgehen Schon was so geiles ist Oh eine Deko Das ist Das ist Das ist Was ist das Oh Oh Das sieht geil aus Das ist der WZ Der WZ 5A Ja Ja In dem Baum Bin ich leider Ohr Ist auf Stufe 7 Egal Cool Ja Das ist schön Die Dekore Finde ich zum Beispiel Auch geil Das lohnt sich auch Die zu holen Da freue ich mich Auch drüber Das muss ich ehrlich sagen Aber dass ich Den Bisonte habe Und ich habe den Schirmen Da freue ich mich schon Das ist schon ziemlich cool Das ist krass Dass man das sieht hier Wenn es blau wird Na komm Komm Rück mir noch was schönes raus Nein Nichts Also was heißt nichts Wie gesagt 5er Deko Ist halt auch geil Dann kann ich die ganze Garage Fertig einrichten Muss da nicht weiter farmen Wir haben genug Scherben Das freut mich tatsächlich auch Da habe ich auch meinen Spaß dran Bisschen Premium Spielzeit Nehme ich auch gerne Das ist okay Komm Gebt mal noch ein bisschen Gold Würde ich mich auch freuen Was ich habe Noch nicht einen Kompensationspanzer Also so von den kleinen Die habe ich nämlich fast alle Und da gab es ja das letzte Mal Immer übel viel Gold Oh Der Lokust Siehste Den habe ich noch gar nicht Ha Ah Okay Ich nehme es zurück Jetzt habe ich einen Lokust bekommen Den hatte ich vorher noch nicht Oh Ja Achtung Blau Es ist ein Achter Freunde Es ist ein Achter Premium Geil Es ist schon wieder einer Das ist die Isu Das ist die Isu 152 Jawohl Komm Aber ich habe noch keinen Burask Freunde Das ärgert mich ein bisschen Aha Es ist die Isu Ich wollte einen Burask Egal Ich nehme auch eine Isu Jetzt habe ich Jetzt habe ich tatsächlich Die beiden Panzer Als Achter Premium Die ich nicht unbedingt haben wollte Letztes Jahr hat es geklappt Da habe ich gesagt Ich will ein Progetto Wobei 20 Kisten 20 Kisten Zwei Premiums Das ist schon in Ordnung Also das hat sich bis jetzt Sehr gelohnt Also ich muss sagen Diesmal bin ich ein ganz schönes Glückskind Kann gar nichts sagen Wir haben Stile bekommen Schon zwei Achter Premiums Ich habe den Die zwei kleinen Die mir noch gefehlt haben Das ist okay Ja und Gold Ist ja immer nicht zu verachten Das ist in Ordnung Also Gold kommt ja rein Ach komm Gib mir den Burask Freunde Gebt mir einen Burask Dann halt Ne Oh und PZT 5 Jetzt kriegen wir Kompensation 900 Gold Naja gut Egal 900 Gold Das ist halt Aber die Kompensation Da kommt dann dann Richtig viel Gold bei rum Das muss man mal festhalten Das ist schon ganz geil Der drei Trage Premium Das rettet mich jetzt nicht Also Premium Rettet mich jetzt tatsächlich nicht so Oh Mathilda Black Prince Da gibt es wie viel 1750 Das lohnt sich zum Beispiel Weil wie gesagt Die kleinen habe ich fast alle da Also jetzt habe ich sie alle Das ist ganz cool Aber wenn man das jetzt In der Runde 100.000 Credits Oh das waren jetzt schon Über 25 Das war jetzt schon ein kleines Paket Aber ich sage mal Ich habe zwei Premiums Zwei Achter Das ist alleine schon Ist es schon wert Wenn man rechnet Die sind so 40 Euro Gerade die Heavis Wie der Bisonte Dann ist es okay Da kann man jetzt nichts sagen Dann passt das Es ist halt blöd Dass man dafür spielen muss Um die Also hier So ein bisschen zocken muss Um da die rauszukriegen So Jetzt ist gleich die Hälfte geöffnet Freunde Drei noch Und dann Ja Fast die Hälfte Und jetzt wird es langsam Ein bisschen mau Kommt Leute Rückt mal wenigstens noch ein Stil Ich hätte den Maustil Möchte ich gerne haben Das ist auch noch so ein erklärtes Stil Von mir Den Maustil hätte ich gerne Ja Ne Also jetzt Jetzt haben wir gerade mal Einen guten Lauf Wobei So 40 Okay 35 sind offen Zwei Heavis Drei Stile Ja Das ist okay Und ein Haufen kleine Und vor allem auch den M4 Ich kann mich nie beschweren Aber jetzt ist es schon lange Nicht mehr blau geworden hier Noch eine Mathilda Sehr gut Das ist gutes Gold Das Ja Und goldmäßig Brauchen wir nicht reden Also goldmäßig Ich bin mit 8000 900 Gold gestartet Wir können ja dann mal gucken Was wir da hier raus haben Ja Diese Hunderttausender Creditruhen Die nerven so ein bisschen Das ist so ein bisschen Wie der Zonk Jetzt kommt aber schon lange Nichts mehr Jetzt kommt nichts mehr Hier Kommt Gebt mal noch was Ja Nur Credits Jetzt haben sie mich Hier so ein bisschen Am Arsch Kein Stil Nichts mehr Freunde Echt Wir haben echt Stark angefangen Dann muss man festhalten Wir haben wirklich stark Angefangen Also Leute Mein Tipp ist Kauft euch nur 25 Kisten Danach wird es echt beschissen Oh sieben Tage Premium Okay das ist okay Nichts mehr Auch wenigstens den Maus Komm Liebe Wargaming Truppe Ich filme das hier Für meine Ganzen 200 Abonnenten Los jetzt Wenn das hier Werbung sein soll Macht ihr gerade keinen guten Job 500.000 Credits Ja wir haben noch 30 Kisten Wir sind ja noch gut im Rennen Alter Alter Nee 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 Nichts 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 Na dann Jetzt lässt es echt Mein Glück komplett nach Hier Wenn da ja eh von jeher Nicht unbedingt so Gesegnet Was das Glück angeht Und jetzt haben wir gleich Zwei Drittel offen Letzte Kiste Und dann haben wir noch Ein Drittel übrig Und das hätten wir uns jetzt sparen können Also die letzten 25 Kisten Das war nix Also das war tatsächlich Echt traurig Komm jetzt geben wir noch Ein bisschen eine schöne Serie 100.000 Credits Wer braucht denn 100.000 Credits Niemand braucht 100.000 Credits Uiuiui Ja Deko ist okay Alles gut Komm jetzt Den Maus Die Skin hier Ach Mensch Nee also Vor allem Was Das war das letzte Mal Tatsächlich Oh jetzt 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 kommt was Was kommt Oh ne Tornung Aber es ist nicht der Mauskin Ach ja STB1 Ich krieg nur die Tornung Für die Panzer Die ich nicht hab Okay Das ist ein bisschen ärgerlich Das ist tatsächlich So ein bisschen ärgerlich Hier Komm jetzt macht man nochmal Weil die kleinen Panzer Hier muss ich sagen Da gab es definitiv Letztes Jahr mehr Also da kam ja quasi Jede zweite Kiste Gab so einen kleinen Panzer Das ist hier Diesmal gar nicht Diesmal kriege ich ganz viel Diese 100.000 Credits Geschichten Die halt wirklich Nie so besonders sind Da freue ich mich jetzt auch Nicht so richtig drüber Ich bin zwar immer Short on Credits Aber das ist echt Ein bisschen traurig Ach komm Jetzt wird's albern Nochmal 100.000 Komm jetzt geb mal noch So ein Mauskin Ja 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 die haben mir Das Bison gegeben Deswegen ist dann direkt Haben sie gesagt So reicht zu Mehr gibt's nicht Und jetzt sei froh Und glücklich Diese 100.000 Credits Kisten Die habe ich schon Ganz schön oft Guck's dir an Deko Premium Zeit Komm mach mal nochmal blau Komm mach's nochmal blau Ne Ach du Das läuft nicht so Der Vorteil ist halt Wie gesagt Für das Geld Wenn ich das Gold kaufen würde So viel Gold würde ich Dafür nicht kriegen Aber diese Credits Dinger hier gehen mir Echt auf den Keks Das muss ich mal festhalten Das ist echt Nicht so richtig geil So Jetzt Final Countdown 10 Stück 10 mal runter Das sind ja Neuerskisten 9 Und 8 Oh Auch nix Und 7 Ach Leute Ehrlich Jetzt Komm Gib mir immer noch So ein Irgendwas cooles Hier 6 Sind's noch Waren's nur noch 5 Ach man Nein Och Menno Das ist ein bisschen ärgerlich 4 Ne Jetzt tatsächlich Gibt's nichts mehr Also ich glaube Wir haben schon Relativ viel Glück gehabt Mit dem Auftakt Den wir hier hingelegt haben Du Da haben wir schon Ein Schwein gehabt Ne Kein Borask In Sicht Nein 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 Kein Borask In Sicht Und die letzte Kiste Komm Nicht mal die Maustornung Ah Ärgerlich Und auch hier Gibt's nix Naja So Wir haben jetzt 100 Euro Durchgebracht Was haben wir Gekriegt Also Jede Menge Ich hab mehrere Millionen Credits gemacht Wir sind bei 4 Millionen Knapp 5 Millionen Sind wir gestartet Gold Ich habe mit 8000 Wir haben Boah Guck mal hier Jetzt haben wir 36.000 Dann Haben wir Bekommen Wir haben Bekommen Gehen wir mal durch Was wir wirklich Bekommen haben Was haben wir denn Bekommen Wir haben gekriegt Ja Fangen wir Frankreich an Ne Hier ISO Wo ist sie Wo ist sie Wo ist sie Ja Hier Gewonnen Habe ich die ISO 152K Kostet so 30 Euro Ist okay Kann man machen Das ist in Ordnung Dann haben wir Gewonnen Jede Menge Kleine Panzer Der Lokust war neu Warte mal Ich muss mal gucken Wo ist der Hier In Stufe 3 Ja Den kleinen Hier haben wir gekriegt Ist okay Nehme ich so hin Der steht dann halt Jetzt hier in der Garage rum Dann sei es drum Dann haben wir gewonnen Wo ist er Dieses da Das finde ich wiederum Witzig M4A1 FL10 Das ist der EBR Turm Auf dem Schirmen Da bin ich noch gespannt Wie das Was das wird Ist ein Medium Müssen wir mal gucken Funker Fahrer Richter Kommandant Kann ich da Diku Er hat einen Funker Wieso hat der einen Funker Niemand hat einen Funker Was ist denn das Für ein Blödsinn Oh das Ding ist scheiße Weil das einfach Tatsächlich Ah da kannst du Keine Crew Darauf ausbilden Hier da habe ich Nämlich schon Extra einen Funker Im Britannia Panther Sitz auch ein Funker Drinnen Weil der sonst Noggens einen Funker Hat die Franzosen Das ist ein bisschen Ärgerlich Das ist tatsächlich Nicht so richtig cool Ja Okay Scharf Futura Das sind alles Drei Mann Ja Und dann haben wir Bekommen Den habe ich auch Nicht gekriegt Den FV Hier Das ist ein bisschen Ärgerlich Aber wir haben Bekommen Den Bisonte Diesen da Sehr cool Also das ist halt Nochmal so ein Schöner Italienischer Heavy Müssen wir uns noch Eine Crew Für besorgen Ja Alles klar Ich sage vielen Dank Fürs Zuschauen Haben wir mal Ein paar Kisten Aufgemacht Ich hoffe es hat dem Ein oder anderen Trotzdem gefallen Mal schauen So das war Mein Weihnachtsgeld Den Rest Hebe ich jetzt auch auf Ich gebe jetzt auch Nichts mehr aus Ich werde mich hier Mal die Garage Noch schön einrichten Ich sage vielen Dank Und ja Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Frohe Weihnachten Der Ära